Musik YouTube Sport, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Runde, der bei Daylight. Und mit dabei ist der liebe Alp. Ein wunderschön Judentag. Und der liebe Holy Delver. Guten Tag. Judentag. Jetzt haben sie es aber auch. Judentag. Ich grüße. Judentag. Ich begrüße sie. Jo, lang ist her, dass der Alp dabei war. Aber ich konnte noch endlich mal wieder bequatschen, bevor er mit Minecraft rumeiert. Ey, doch mal noch eine Runde mit mir zu spielen. Ich mit Minecraft? Ich bin da jungfräulich drin. Also ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Habe ich doch gesagt. Oder habe ich das nicht gesagt? Nein, das klingt so, als ob ich da voll der Freak drin wäre. Ja, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Davon gehe ich ja aus. Ich sehe das jetzt schon. Er hat voller Profi drin, baut Minecraft in Feinsteller nach. In 3D-Fixler. Ja. Komm, fängt jetzt bei Daylight an, kriege ich Hitzeballon, Alter. Boah. Wirst du so, Schatz, zieh dich aus. Ich bin schon dabei. Oder bist du in einem Wechseljahr? Dann bist du untenrum schon frisch. So. Also, ich bin hier hinten bei so einem Schub. Schau mal ruhig. Nicht so laut. Aber ich habe Herzflimmern. Ich auch. Ich werde erst mal den Alp etwas runterstellen, weil der ziemlich laut ist bei mir. Ich bin hier auch eine geile Sau. So. Ich habe einen Jenny. Ja, auch. Ja, mich hat er... Ja, ist es. Äh, Feinsteller. Alles gut, bin unterwegs. Er verfolgt mich aber. Ach, nee. Ich habe abgehängt, alles klar. Er ist jetzt unterwegs. Ähm, wisst ihr, wo der große Holzstapel ist? Nein. Große Baumstapel. Ja, da ist er auf jeden Fall. Er ist bei mir. Dr. Pepper hat's erwischt. Das war bei mir in der Nähe. Ich bin nämlich in der großen Fabrik. Da hinten ist er gut, alles klar. Dann mache ich hier den Generator. Das gibt's doch nicht. Oh, nee, Virus. Was ist denn mit dir? Wer kann denn ahnen, dass er hier eine Falle aufstellt? Boah, Alter, verzieh dich doch mal, ey. Ah, jetzt knallt das scheiß Gerät auch noch. Na, komm. Okay, mein Generator ist fertig. Ja, ja, er jagt mich jetzt wieder. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, ich will mal sagen. 3, 2, 1, fertig. Jetzt sagt er mich, der Vollidiot. Nein, er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich bin beim großen Baumstapel. Er baut bei mir eine Falle auf. Ja, Hauli. Komm jetzt mal rüber hier. Ich werde gerade verarztet. Ja, dann scheiß mal drauf. Erst mal hier retten, ey. Ihr macht immer den gleichen Fehler. Ich hänge jetzt hier ab. Alp. Papa, kommt auch schon. Ja, wenn er jetzt, jetzt kommt er wieder. Ja, ich gehe zu Oli. Ja, einer geht zu Oli, genau. Achtung, er schon hier. Ich habe Herzfaktor. Gut gehabt, ja. Oh, niemand ist auf sein Abhänger. Er ist wieder da. Ja, 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 los. Virusabhängig. Der Falle unter mir direkt auf. Okay. Geht nach links weg, wieder von mir. Ja. Richtung, wo der Viruskanger ist. Achtung, Falle, Achtung, Falle. Gas tief unter mir. Ah ja, ich sehe da. Höh! Wow, 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 wow. Okay, ab geht's. Er kommt. Ja. Hallo. Poli, wo bist du hin? Äh, links. Ich bin einfach die Bante klackiert. Hier bin ich. Alles klar. Sehr gerne, mach's gut, tschüsschen. Ja, bis dann. Wir sehen uns nach, ja. Nein, 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 nein. Oh, ja, 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 schon wieder hier. Er ist noch wieder hier. Ja, ich geh mal kurz in den Keller. Ne, ich bin scheinbar. So, sagt, sagt. Oh, Alter, bin ich am Spritzen, ey. Ja, der ist ein komischen Schweinepirk. Hilfe. Hilfe. Oh, wer war da? Ne, ne. Scheiße, ich wollte dir gar nicht verraten. Sorry. Ah, er kommt wieder zurück. Tritt erst mal den Generator. Ihr seid aber ziemlich weit weg, ey. Ja, wir sind auch von der anderen Seite, ne. Er ist noch bei dir in der Nähe. Ey, ja. Ich bin tot, what the fuck? Ja, das ist klar. Ich bin grad grad daneben von dir. Er hat mich hingehängt und dann war ich ratzfatz tot. Ich denke, halt, ey. Wies, geht ab hier. Das ist mal nicht feierlich, ne. Ja, so ist das, ne. Boah, ich könnte kotzen, Alter. Ja, ja, ja. Oh, die sitzen im Generator, im großen Holzstapel. Der Pepper wird vom Killer gejagt. Kann grad nicht. So, Alp ist fertig. Der Generator. Holi, äh, hat den, ja. Oh, Holi, hast aber Schweine gehabt. Oh, die jagt wieder, die, äh, er jagt wieder der Pepper. Dr. Pepper Cola. Wie sieht's aus, Holi? Der wird am anderen Generator gesprungen. Ja, könnte in Ruhe machen. Äh, sie wird immer noch vom Killer verfolgt. Also. Sie läuft gerade außerhalb der Map wieder Richtung großes Gebäude. Also außen her. Oh, ja, jetzt ist vorbei, Alp. Jetzt ist vorbei. Der kann aber, oh. Falsche Richtung, was machst du? Äh, bist du besoffen, Alter? Was, 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 was zum Geier war das jetzt? Ja, das, das war jetzt, äh... So, Alp ist fertig. Äh, Holi. Jawohl, meine ich, Holi. Ja, wir haben, wir konnten dich aus Holi seiner Sicht sehen, Alter, wie du gerade im Haus da... Nee, doch nicht. Das war ne... Das war nix. Nee, nee, war's nicht. Okay, er ist bei mir, legt unter mir ne Falle. Ja. Äh, WTF. Oh, ich sitze am Generator, Alp. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Oh, ich muss kämpfen. Was ist... What? Unter mir, dich ne Falle. Super gemacht, Holi. Sehr schön. Alter, das ist glaubt mir kein Schwein. Unter mir liegt immer noch ne Falle, es wird hier ziemlich eng. Ja. Oh, lol. Der Scheiß-Fall, ey. Ich bin tot. Boah, du blöder Dreckssack, du blöder... Oh, scheiße. Ah ja, nice try. Ja, benutzt mich als blöder, du Saftsack. Hast du recht. Naja, die macht den Ausgang auf. Neh mich halt auf, Mensch. Wenn du schon vor mir stehst, du Saftsack. Oh, Mann. Ich merke das Aufstoß vom Satiki, ey. Voll, ich bin tot. Geil. Oh, ne, ey. Links rum, ja. Die hat die Luke, ich breg ab. Boah. So, schön, schön. Äh, ja. Ja, war schon schön. War schon schön. Ja, ich geh mal ganz kurz raus, weil... Ihr habt's ja gehört, dass du was geklopft. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich hab nix klopfen gehört, aber okay. Ja, Freunde. Willkommen zurück hier... Auf... Auf... Ja, ich hab da ein bisschen was weggecuttet. Wir mussten etwas länger warten. Äh, weil erst Lobby hatten. Und dann sind wir rausgeflogen. Und jetzt geht's aber. Äh, und wer gerade mal nicht dabei ist, äh... Ist der Holy, weil der ist nämlich erst mal spachteln. Das ist korrekt formuliert. Und dieser Ladebildschirm ist immer noch schön. Ja, so schön. So schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Ah. Wie die Striche sich immer voll füllen, voll füllen und so. Und ah, schön. Ja, ja, ja. Was ist los? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Ja, mal. Was ist das? Jo, schau aus. Wo wollt ihr? Der geht's hier. Verfallener Kuhstall. Coldwind Farm. So, ich bin mal ja scheune, ne? Was heißt das? Verfallener Kackstuhl? Ja, verfallener Kackstuhl. Der Schweinebaum ist bei mir ganz in der Nähe. Und die große rote Scheune. Ah, und der Alp lässt mal wieder knallen. Ich glaube, das ist der Fallensteller. Weil nämlich gerade, ich habe hier oben nämlich was gesehen. Und da sagst du knallen. Und dann war er weg. Ach, meine Fresse. Fallensteller, ja? Ja. Ich habe den heilen lassen. Geil. Okay, Alp. Ich bin hier am Boden. Nee, dust du nicht. Du schwebst gerade. Ich hänge jetzt in der Luft. Aber bitte schön gedünstet. Ja. Was bin ich denn jetzt? Gutes Abgang des Dry-Age-Beef? Ja, mindestens, Alter. Und von mir gibt es noch eine schöne BBQ-Soße. Jawoll. Verdammt, der Scheiße, ey. Hat das gerade noch gebacken bekommen, ey? Na, komm. Camper? Nein, nein. Ist weg. Alles klar, wird jetzt hier vom Haken geholt. Auf Geiz. Ach, meine Fresse. Was eine Sacknase. Was eine Kackhose. Ja. Na, komm. Nein. Ich kämpfe. Er jagt jetzt einen anderen. Ja, das bin ich. Ja, sehr schön. Los, komm. Ich werde jetzt vom Haken... Ja. Das ist sehr nett, danke schön. Ich werde mich jetzt verdünktisieren. Das gibt's nicht, ey. Mist. So, ich mach jetzt das Totem erstmal. Och, Mensch, ey. Aber wenn ich noch einmal hänge, dann hänge ich, ne? Ja, ich hänge. Er geht jetzt rechts weg. Achtung, da hat ja jemanden gesehen. Drecksvieh. Der ist ganz schön hartnäckig, der Drecksack. Ich bin jetzt hinten bei der roten Scheune, Alp. Ich bin, äh, beim Ausgang, beim Keller. Wenn ich jetzt in den Keller reinfalle, ist er ja ein Erste-Hilfe-Kid. Was ich mir dann zu Gemüte fühlen werde, ne? Oh, ja, der Professor liegt. Der Professor braucht einen E-Rack. Alle verfügbaren Einheiten bitte zum Professor. Also, ah. Also, ah. Also, ah. Also, ah. Also, ah. Okay, ich bin down, ich bin down, ich bin down, nein, herzlichen Glückwunsch, ich bin gerade ausgewichen, werde jetzt fett auf die Fresse bekommen. Okay, also ich bin jetzt gerade nicht so gesprich, ich weiß auch nicht, warum, mir fehlen einfach die Worte. Mann, da leckt mich doch einer im Arsch, Mensch. Er verfolgt mich immer noch, die dumme Drecksau. Ich bin in der roten Scheune. Nein, nein, nein. Da hat's wieder, äh, ei, ei, ei. Da hat's mich alpledig. Alpledig, ja. Alpledig. Der ist ja ein wahrer Albtraum. Oh. Komm, Mann. Und tschüss. Tschau mit V. Ein Satz mit X, dat war wohl nix, wa? Ja, schade. Da war der Alpmeister wieder am Arsch. Gut, das ist korrekt. Äh, M.A. Äh. Fuh. 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 da hängt er dir wieder am arsch nein 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 nicht direkt das gibt es doch nicht danke für den krach ich war es nicht ein duster stand in any day jetzt will ich aber hier weg oder es gibt mir gar nicht mal von zack hier perfekt jetzt ist interessant nein nicht nicht weg hau ab fick dich ekelhafter fettsack ne ne raus 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 jawohl wow 14.000 punkte meint er so cookie das was cookie oder hört sich anders wäre kacken und kriegt die wurst nicht raus ja wenn er mit uns beschäftigt war konnte die andere noch den general generator waren da war guckte die blutflecken ja er wird jetzt sterben alles klar so dann sage ich mal für dich professor cookie mit öl so ja das leute wenn euch diese aufnahme gefallen war jetzt mal sehr ruhig die aufnahme aber man kann ich immer so mit einem enthousiasmus war also heute war okay also bis zum nächsten mal danke fürs zusehen und tschau tschau